Hallo und herzlichen Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Tomb Raider 5 Die Chronik. Yay! Und da hinten ist ja übrigens ein sehr interessantes Symbol an der Wand. Sieht auch aus wie so ein Fünfstern. Ein Pentagramm. So, aber jetzt erkunden wir mal diesen geheimnisvollen See-Teich, wie auch immer. Oh, was ist das denn für ein Wesen? Ich zeige euch mal, was passiert, wenn wir von der erwischt werden. Wow, hier liegt ja ein cooler Schatz rum. Ich hoffe, dass ihr das auch nur einmal sehen müsst. Blöde Kuh. Au. Lass mich los, du Miststück. Komische Seehexe. Luft, ich brauche Luft. Ja, durch dieses Loch flieht Lara dann immer. Aber reintauchen können wir dann nicht, weil die Strömung zu stark ist. Wir müssen immer wieder von der anderen Seite hier rein. Aber ich habe das letzte Mal, wie durch ein Wunder, direkt beim ersten Versuch tatsächlich geschafft, was wir hier machen müssen. Denn, was man wirklich nicht sehen kann auf den ersten Blick, es ist einfach so, leider. Bei dieser Seehexe, bei diesem kleinen Goldschatz, der da liegt, ist eine Silbermünze obendrauf. Und diese Silbermünze liebt die Seehexe über alles. Und wenn wir ihr diesen Silbertaler wegnehmen und in den Käfig tun, dann können wir sie da einsperren. Dann können wir uns da mit Ruhe umsehen. Denn das müssen wir nun mal tun. Also, wünschen Glück. Ich weiß auch nicht, wie nah ich rangehen darf, bis sie mich bemerkt. Warte mal, wie schwimmst du denn? Ich glaube, bis hierhin darf ich sogar, ne? Ich darf sogar noch näher ran. Oder? Darf ich bis hierhin? Ja, sie sieht mich nicht. Ist die doof. Ich hoffe, ich kriege den Taler dann auch gleich direkt. Die Luft wird mir knapp, du blöde Kuh. Komm nochmal her und schwimm sofort wieder weg. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Schwimm weg. Und jetzt schwimm weg, schwimm weg. Schwimm weg, genau. Na los, nimm. Nimm. Nimmst du wohl... Oh, scheiße. Warum hat sie das nicht genommen? Kann ich das bitte überspringen? Ich habe keinen Bock mehr. Nein. Oh. Ja, komm, lass mich los. Palm in die Fresse. Oh, nicht mein Bauch. Dafür trete ich dich jetzt auch im Bauch. Miststück. Ach, Manu. Ist doch doof. Ich habe das mal beim ersten Versuch geschafft. Das ist machbar, verdammt. Na los, schwimm außen, äh, schwimm hier mal so rum. Das geht schneller. La, 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 la. Ich hoffe, ihr müsst diese Sequenz nicht allzu oft sehen. Ich will das jedenfalls nicht rausschneiden. Aber auf jeden Fall, man kann ja wirklich nah ran. Das ist ja schon mal sehr gut. Ich will doch nur deine Scheiß-Taner da haben, ey. Ich sehe den aber auch von hier aus nicht. Wow, 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 wow. Ich kann hier fast knutschen und ihr entdeckt mich hier nicht. Na, endlich. Wow, lass mich, aua. Ich habe mich gar nicht erwischt. Egal, trotzdem schon mal aua brüllen. Wow, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Verhoff mich zu verfolgen, ey. Silbermünze. Pack rein. Oh, geschafft. Ich habe mich, lass mich, lass mich. Also tut mir die Seehexe jetzt schon irgendwie so ein bisschen leid. Ich bin bei lebendigem Leibe gefressen zu werden, ist nicht gerade das Tollste. Der Käfig ist auch schon leer. Mann, waren die fleißig und schnell. Krass. Oh Mann. Aber der Sound bei der Cutscene, der war echt extrem leise, beziehungsweise bei den Cutscenes. Ich muss aber dazu sagen, dass ich den Sound auch nochmal runtergeschraubt habe. Auch im Vergleich zum letzten Part. Da habe ich den Sound im letzten Part auf 5 gehabt. Bei den Lautstärke-Mixern hier bei Power Producer. Und dann habe ich den jetzt gerade für diesen Part nochmal auf 4 runtergestellt. Und ich meine, so an sich hier beim Gameplay ist das ja auch wirklich angebracht. Aber die Cutscenen sind irgendwie leiser. Ach, können wir nicht auch ein bisschen Gold mitnehmen? Nee. Hätte ja sein können, dass Lara auch das so ein bisschen als Startkapital hatte für das große Haus. Aber andererseits, das Haus gehört ja ihren Eltern, wo sie darin lebt. Von daher gehört sie ihren Eltern, besser gesagt. Und jetzt kann man uns endlich mal hier umsehen. Was ist die Tür? Okay. Oh, diese verschiedenen Kameraansichten hier. Die sind ein bisschen am Kirre machen. Das ist anscheinend unser Ausgang, was ich gerade schon mal angeguckt habe. Von wo sind wir jetzt gekommen? Was ist denn da? Ach, ich weiß, was es ist, oder? Oder? Kann man da stehen? Oder rutscht man da ab? Nee, kann man stehen. Hä? Ach, aber da ist noch ein Rutschmann. Okay, ist doch unser Ausgang. Wo wir hinterher rauskommen, um dann hier zu verschwinden. Gut zu wissen. Okay. Ja, in der alten Mühle müssen wir natürlich das jetzt irgendwie hier so anstellen, dass die aufhört, sich zu drehen. Dass die Räder aufhören, sich zu drehen. Und müssen da jetzt gleich ganz schnell durch so eine doofe Tür. Kann ich ja jetzt schon mal ein bisschen üben eigentlich, um zu gucken, wie ich gleich rein muss. Also. Bam. Kamera wechsel. Genau. So. Rad ist gedreht. Dann ganz schnell hier lang. La 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 la. Genau. So, loslassen. Dann schnell hier hin. Und das gehe ich schon mal in die Hose. Ja, mal gucken, wie lange auch das Ding oben bleibt. Vielleicht kann ich ja da so ein bisschen noch ein paar Schritte wirklich gehen, bis zur Tür. Bis ich da den Sprung besser hinkriege. Aber auf jeden Fall kann ich dir direkt gut an die Stange sprengen. Die ist ja auch neu hier in Tomb Raider 5 gibt. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So, und jetzt lauf. Lauf, 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 lauf. Alter, geh die Tür schnell wieder zu. Das gibt's ja nicht. Zieh dich hoch, 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 zieh dich hoch. Und jetzt kriech, 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 kriech. Los, 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 los. La 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 la. Oh, Mann. Du bist eine doofe Tür. Du bist gemein zu mir. Hallo, ich hab doch jetzt schon zehnmal gedreht. Wie oft soll ich noch an diesem Ding drehen? Ich meine, hallo? Ja. Ganz toll. Ja, hinspringen geht, aber nicht zurück, oder was? Das ist doch echt zu... Mano. Ich hasse diese Stelle hier. Glaubt du mir das? Das ist wieder mal so eine Stelle, wo ich dann auch sage, Spiel, du kannst mich mal. Weil ich war jetzt echt schnell, hallo. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Machen wir mal so. Bringt überhaupt nichts. Guck mal, wie sie... Sitzel. Doch, bringt was. Oh, hab ich mich erschreckt. Hab ich mich erschreckt. Ihr scheiß Viecher. Boah. Weck. Hallo. Alter. Puh. Und hier ist schon unser Ausgang, glaube ich, ne? Ich seh das grad nicht so richtig. Ist hier was? Nein. Muss ja da was sein. Ich seh das so schlecht. Warum seh ich das denn nicht? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Ah. Wollte schon grad sagen. Hier muss doch was sein. Da würde ich jetzt einfach runterrutschen, dann... Ist aber auch dunkel hier. Ich seh gar nichts. Ach so. Da muss ich hin. Ach, das ist ein... Ach, das ist ein Schalter. Ich dachte, da wär noch ne Nische irgendwie zum Hochziehen oder so. Ja, ich weiß. Ich bin ne Blitzmärkerin. Aber es ist hier echt dunkel. Ich weiß ja nicht, wie ihr das hinterher seht, aber hier ist es gerade doch ziemlich düster. Na los. Hepp. Yay. Die Tür ist offen. Bestens. Aber das Wasserrad dreht sich immer noch. Das müssen wir noch zum Stillstand bewegen, aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen riesen Vorteil. Also, die halbe Miete haben wir sozusagen. So, jetzt können wir auch hier verschwinden. Wenn die Kamera mal auch richtig mitspielen würde und ich ständig hier so... Hallo. Where have I to go? Ah, verstehe. Hier bin ich jetzt wieder rausgekommen. Ob ich hier auch weiter zurückkomme, weiß ich gerade gar nicht. Egal, ich beende hier auf jeden Fall den Part, Leute. Und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Hoffe ich doch, denke ich mal. Wie auch immer. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir eine Bewertung und einen Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschaui. 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 Vielen Dank.